Das soll ein Gaming-Notebook sein? Ja, das ist kein Witz, das Ding da ist wirklich ein Gaming-Laptop, mit dem man, ohne sich zu schämen, auf jedes Business-Meeting gehen kann, gleichzeitig aber eine brutale Leistung hat. Was dieses Teil kann, schauen wir uns in diesem Video an. Viel Spaß! Das Video heute ist unterstützt durch Nvidia, daher vielen Dank an Nvidia und nicht wundern über diese Einblendung. Allerdings war ich in Bezug auf die Gestaltung des Videos hier vollkommen frei. Das Teil ist das MSI P65 Creator in der Limited Creator Prestige Edition. Ein Notebook, dem man seine Leistung erstmal nicht wirklich ansieht, weil es für ein Gaming-Notebook irgendwie zu smart und edel ist, aber tatsächlich lässt sich mit diesem Teil einfach extrem gut zocken. Zu den Specs kommen wir dann aber gleich. MSI werden dem Anhängsel Prestige in jedem Fall gerecht allein schon durch die Verpackung, denn die ist wirklich mal anders, weil das P65 Creator in einer Holzbox geliefert wird. Hier würde man eher einen teuren Wein erwarten, aber in dieser Box ist tatsächlich ein Notebook. Der Lieferumfang ist dann recht überschaubar. Das Notebook selber, ein bisschen Papierkram, ein Netzteil und ein Sleeve, um das Notebook mitzunehmen, wird auch noch mitgeliefert. Dieser Sleeve ist auch noch aus Leder und verdammt gut verarbeitet, wobei ich trotzdem sagen muss, dass ich gar kein Fan von Sleeves bin, einfach weil ich sie relativ unpraktisch finde, wenn man mal mehr als nur das Notebook mitnehmen möchte. Und das ist ja irgendwie meistens der Fall. Zwei Dinge fallen allerdings sofort auf. Erstens ist das Teil extrem dünn mit gerade mal knapp 1,8 cm und auch 1,8 Kilogramm sind jetzt nicht unbedingt schwer. Auch wenn ich sagen muss, dass ich schon deutlich leichtere Ultrabooks hier hatte. Und entgegen dem schwarzen Standard ist dieses Notebook hier doch tatsächlich weiß. Es sieht fast aus wie so ein Gaming-Macbook. Klappt man das gute Stück auf, merkt man sofort, nein, dieses Ding ist nicht unbedingt für Leser der RG Bibel gebaut, sondern geht eher in eine edle, businessartige Richtung, aber auch da gibt es den einen oder anderen, der eben mal eine Runde zocken möchte. Auch anschlusstechnisch muss sich das P65 Creator tatsächlich nicht verstecken, denn wir haben hier einmal USB-Typ C und hinter diesem USB-Typ C verbirgt sich ein Thunderbolt 3-Anschluss, was ich extrem praktisch finde, gerade weil man als Creator hin und wieder auch mal ein Thunderbolt 3-Gerät benutzen möchte. Dann haben wir dreimal USB 3.1, einen Mini-Displayport, einmal HDMI und natürlich noch die Klinkenbuchsen für Mikrofon und Kopfhörer. Die Tastatur, und das tut mir richtig weh auszusprechen, hat keine RGB-Beleuchtung. Nein, leider wirklich nicht. Sie ist nur weiß beleuchtet, hat 84 Tasten, Quertz-Layout und einen relativ angenehmen Druckpunkt. Das Trackpad ist verdammt gut, also ich meine wirklich richtig gut und damit kann man dann auch verdammt gut arbeiten, weil man kann Multi-Touch-Gesten nutzen und wir haben auch noch einen Fingerabdrucksensor auf dem Trackpad. Braucht man den? Braucht man den nicht? Das möchte ich gar nicht beantworten in diesem Video, aber praktisch finde ich das Ganze schon. Sehr gut gefällt mir übrigens das 15,6 Zoll große, naja eher kleine Display, denn das hat einen nur sehr sehr schmalen Rand und wo wir gerade beim Display sind, das ist nicht nur aus optischer, sondern auch aus technischer Sicht interessant. Wir haben bei dem Teil nämlich ein IPS-Panel und um die Brücke sowohl für Creator, aber auch für Gamer zu schlagen, haben wir auf der einen Seite 100% sRGB-Abdeckung und nein, das ist leider kein Psalm aus der RGB-Bibel, sondern eine Farbraumabdeckung. sRGB ist die Standard-Farbraumabdeckung, die gerade wenn man beispielsweise Bilder bearbeitet, eigentlich auch extrem wichtig ist. Gleichzeitig haben wir bei dem Display aber auch 144Hz und eine Full-HD-Auflösung, wovon gerade Gamer extrem profitieren können, denn 144Hz, na, darauf brauche ich eben nichts zu sagen, das ist für alle Leute aus dem E-Sports-Bereich extrem wichtig. Nur kann man die auch wirklich nutzen? Dafür sollten wir vielleicht mal einen kleinen Blick auf die Specs werfen, denn die sind für so ein extrem dünnes Notebook schon richtig heftig. Der Prozessor ist ein Intel Core i7-8750H. Es ist ein Notebook-Prozessor der Coffee Lake-Generation, wodurch man sich nicht irritieren lassen sollte, denn die haben mittlerweile auch sechs Kerne und zwölf Threads mit einem Basistakt von zwar nur 2,2 GHz, aber einem Turbo von 4,1 GHz, was bei so einem dünnen Notebook schon wirklich heftig ist. Dabei hat das Teil gerade mal eine TDP von 45 Watt und bringt noch eine integrierte Grafikeinheit mit. Für E-Sports ist dieser Prozessor schon mal wirklich vielversprechend. Hinzu gesellen sich dann 16 GB RAM mit 2666 MHz, die auch auf 32 GB erweiterbar sind. Und hier würde ich sagen, sollte man gerade, wenn man mit dem Teil Videoschnitt und Co. machen möchte, mal darüber nachdenken. Und das, was dieses Notebook hier unter anderem besonders macht, ist die Grafikkarte. Denn das ist eine GTX 1070, allerdings in NVIDIas Max-Q Design. Und das ist auch der Grund dafür, dass das Teil so extrem dünn ist. NVIDIA hat hier nämlich ein Design entwickelt, bei dem Notebook-Grafikkarten genauso viele Shader besitzen wie richtige Grafikkarten. Allerdings ist der Takt hier etwas niedriger und das Ganze ist eben so designt, dass die Grafikkarte die ganze Zeit über zwar viel Leistung liefern kann, aber trotzdem so performt, dass sie gleichzeitig nicht zu heiß wird. Dadurch braucht sie dann nämlich nicht so viel Kühlleistung. Habt ihr Bock, dass ich mal eine Max-Q Karte mit dem Pendant der richtigen Karte vergleiche? Dann nehmt doch mal an der Abstimmung hier teil. Die letzte leistungstragende Komponente ist eine SSD, dabei handelt es sich um eine NVMe M.2 SSD, die über 1000 MB schreibt und liest, wobei das jetzt auch nicht unbedingt Highend ist, trotzdem nice to have. Ich muss aber auch klar sagen, dass ich mir eigentlich in so einem Gaming-Notebook etwas mehr Massen-Speicher wünsche. Damit ihr euch aber ein Bild von der Leistung machen könnt, schauen wir uns mal ein paar Benchmarks an. Hier zuallererst der Firestrike-Benchmark, der mit einer Gesamtpunktzahl von 11.819 Punkten abgeschlossen wird. Die Grafikkarte wird mit 13.409 Punkten bewertet und die CPU mit 14.352 Punkten, das sieht für mich auf jeden Fall recht ausgewogen aus. Im Online-Vergleich sind wir damit auch besser als 71 Prozent aller getesteten Systeme, wobei man da sagen muss, dass ja hauptsächlich Desktop-PCs zum Vergleich herangezogen werden. So Dinge wie CSGO laufen bei dem Notebook auf jeden Fall über 144 FPS, daher habe ich mir zuerst mal Fortnite angesehen, das wirklich extrem gut und butterweich läuft. Bei dem Display haben wir ja nur eine Full-HD-Auflösung, aber auf dem 15,6-Zoll-Screen sieht das teilweise schärfer aus als WQHD auf einem 27-Zoll-Monitor, einfach weil wir hier die entsprechende Pixeldichte haben. Mit angepassten Einstellungen irgendwo zwischen Mittel und Hoch erreiche ich dann mit dem Teil tatsächlich 96 FPS im Schnitt und 49 FPS minimal. Nicht nur für FPS-Games ist dieses Teil geeignet, sondern tatsächlich auch für Triple-A-Titel wie zum Beispiel Far Cry 5, denn der integrierte Benchmark wird auf Full-HD mit normalen Einstellungen, mit 66 FPS im Schnitt und 53 FPS minimal abgeschlossen, aus meiner Sicht sehr gut spielbar und eine super Leistung. Diese Leistung wird auch in Shadow of the Tomb Raider gezeigt, denn der Benchmark sagt uns auf Full-HD und hohen Einstellungen 57 FPS im Schnitt und minimal 35 FPS, das kann sich bei dem Game auch ziemlich gut sehen lassen. Die Games aufgenommen habe ich übrigens mit GeForce Experience, was auch super gut funktioniert, ohne irgendwelche Ruckler. Mittlerweile sind wir so weit, dass man auf zusätzliche Capture-Karten tatsächlich verzichten kann. Was auch noch interessant ist, sind die Cinebench-Werte, denn wir machen hier einen Multicore-Score von 1198 Punkten. Damit ist der Notebook-Prozessor hier genauso schnell wie ein Ryzen 5 2600. Während dem gesamten Test wurde die Grafikkarte maximal 71 Grad heiß und die CPU 92 Grad auf drei Kernen. Das bedeutet, dass die GPU echt in einem richtig gemütlichen Bereich war, Max-Q funktioniert also. Bei der CPU gab es leider ein bisschen Thermal Throttling, das ist aber bei so dünnen Notebooks eigentlich auch irgendwo klar. Auch was die Lautstärke angeht, kann sich das Teil durchaus hören lassen. Natürlich ist es so, dass man das Notebook hört, aber nicht in Form eines unangenehmen lauten Turbinen-Geräusches, sondern vielmehr in Form eines leisen Pustens. Das ist wirklich mal cool, vor allem bei der Leistung. Auch die Akkulaufzeit ist wirklich krass, denn trotz der Leistung haben wir im normalen Arbeitsbetrieb eine Laufzeit von bis zu 8 Stunden von MSI angegeben. Vielleicht erreicht man das tatsächlich, wenn man die Leistung und die Bildschirmhelligkeit extrem nach unten fährt, allerdings halte ich 5 bis 6 Stunden im normalen Betrieb für eher realistisch. Klar, wenn man zockt, kann man das Teil auch in zwei Stunden leer saugen, aber das sollte eigentlich jedem klar sein. Was kann ich aber abschließend sagen? Also das MSI P65 Creator in dieser weißen Limited Edition, das ist schon echt heißer Scheiß. Es sieht gar nicht aus wie ein klassisches Gaming-Notebook, man kann es also in jedes Business-Meeting mitnehmen, ohne sich schämen zu müssen und das Teil würde auch unter verschiedenen Macbooks irgendwie kaum auffallen. Gleichzeitig strotzt es nur so vor Leistung und hat einfach die passenden Features sowohl für Content Creator, die Videos schneiden, Animationen erstellen und Bilder bearbeiten, aber genauso auch für Gamer, die mit 144 Hertz zocken wollen. Wenn das nicht geil ist, dann weiß ich auch nicht. Kritikpunkt ist aber wie meistens eigentlich der Preis, denn der liegt aktuell bei 2199 Euro und das ist eine ganze Stange Geld. Die reine Leistung ist in etwa die eines 1000 bis 1100 Euro Gaming-PCs, allerdings muss man auch bedenken, dass man zu diesem PC, um das ganze vergleichbar machen zu können, einen entsprechenden Monitor und natürlich auch eine Tastatur kaufen muss. Das Trackpad, das kann ich leider nicht als Maus zählen, weil das zum Zocken natürlich gänzlich ungeeignet ist. Einen Rechner mit allem drum und dran kann man also für 1500 bis 1600 Euro kaufen, allerdings bekommt man mit dem nicht die Mobilität, die dieses Gerät hier liefert. Da muss dann jeder selbst wissen, ob der Aufpreis das ganze wert ist. Nun würde mich aber interessieren, habt ihr wirklich mal Bock auf einen Vergleich? Max-Q-Karte gegen richtige Grafikkarte? Und was sagt ihr zu diesem Kompromiss-Notebook von MSI? Schreibt es doch gerne mal in die Kommentare. Wenn euch das Video hier gefallen hat, dann freue ich mich über einen Daumen in nördlicher Richtung. Schaut auch gerne mal bei meinen letzten Videos vorbei. Ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Ich bin raus. Ciao!